Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Black Arts. Wir sind unterwegs im Landsitz des Folterers, sind ja keine Landstreicher, wie ich eben berichtigt wurde. Und der Endkampf steht noch aus. Genau, und da werden wir jetzt mal schauen, ob das so funktioniert. Ja gut, die eine ist so ein bisschen verwundet, aber insgesamt... Also ich habe immer Angst, dass wir jedem Kampf die Schwierigkeit runterstellen müssen. So sieht man sich wieder. Du, verflucht! Raus mit euch! Also bisher finde ich den Schwierigkeiten gerade angemessen, möchte ich sagen. Es fuchst mich, dass wir manche Sachen nicht geschafft haben. Ja, die komische Baroness, mein Gott. So hat jetzt hier diese... Da, rechts auf die Ratten. Diese Franze losgelassen. Er scheint ein Nahkämpfer zu sein. Der hat aber so einen Stab in der Hand. Ein Stab, das ist doch ein Zauberstab. Das ist doch ein Dolch. Der ist genauso Zauberer wie unsere Hilfe. Nee, es ist ein Zauberstab. Da kannst du dir was anhören. Ja gut, der hat eine Kutte an. Aber... Vielleicht ist das am Schlafer zu sein. Ich glaube, wir greifen hier schon mal an, oder? Ja, warum nicht? Ach, wir haben vergessen unsere Pfeile. Ja, da muss ich früher oder später in den Nachkampf gehen. So, guck mal. Hier kann er in den Käfig rein zaubern. Ja, er könnte zwei wegsperren für drei Runden. Glaube ich. Wenn das dein Gedanke war. Ja gut, ich wollte sie anzünden. Gut, wir könnten hier jetzt auch... Mit einem sogar nur. Mit einem Feld. Das spart natürlich Mana. Ja, aber ich glaube, das ist dann für weniger Runden. Ein Feld für zwei Runden. Zwei Felder für drei Runden. Ist aber natürlich... Mana effizienter, das hier zu zaubern. Sechs Runden Felder. Und das andere sind... Zwei Runden Felder. Das ist Mana effizienter, ja. So, dann werden wir das hier machen. Und wir dann einfach so ziehen. Verdammte Nachkämpfer. Ja. Verdammte Nachkämpfer mit ihren Feuermagie zaubern. Ja, das sind die schlimmsten. Hätte natürlich in dem einen Waldfraatz da einen Schaden mehr machen können. Dann wäre er kaputt. Dem hier. Ja. Ja, aber das werden wir doch machen. Am besten mit einem Feuerball auf den hier. So, dass der dann noch mit verbrennt. Meinst du, das funktioniert? Ja, jetzt ein Vorschlag von mir. Ich bin da ganz offen. Also ich habe da keine Referenzen und Sachen Tötung. Also ich hoffe, wir haben immer eine Sunde zu sehen. Das nicht, aber er ist schon fast halb tot. Ach so. Ich dachte, wir wollen eigentlich diesen Flammenstrahl. Nee, nicht diesen Flammenstrahl. Gut, wir sollten die gleich töten. Und nicht versuchen. Nicht die Tricks. Ja, jetzt einfach töten hat jetzt Priorität. Ich würde, wir müssen nicht mal die Kleinen hier töten. Bis hier hat es ja erfahrungstechnisch keinen Unterschied gemacht. Ja, wie wir bei dem Waldschratt gesehen haben. Das war ja das allerbitterste. So, er heilt sie hier, damit sie noch eine Runde überlebt. Das ist eine Einstellung. Oder am besten, sie wird bis zum Ende. Ich weiß schon, warum du nie in irgendeinem MMO-Mann-Heiler gespielt hast. Du würdest dann heißen, der ist verloren. Ich muss mal ansparen, das wird nicht. Wobei das ja gar nicht stimmt. Naja, du hattest ja mal so einen Pseudo-Heiler. Pseudo-Heiler. Das war ein Rift. Und das war ziemlich cool, weil der Magier heilen konnte, indem er Schaden gemacht hat. Ja. Also nicht. Der Hexenmeister in WoW war am coolsten. Das ist, wenn sie irgendwas so willst. Nee, der was anderes sagt hat, einfach keine Ahnung. Käpt'n Blaue Wolke war der Beste. Die einen beiden machen überhaupt keine Anstalt, um auszubrechen. Die ist erst abgeklungen. Ach so, wir sind erst in Runde 4. Ja, ja. Nachdem wir mit ihnen fertig waren. Dann könntest du theoretisch jetzt so eine neue Barriere dahin machen. Ja, aber... Es liegt nur noch eine. Und die laufen zu uns und haben da keine Aktion. Ja, das ist... Das stimmt natürlich. Mit ihm würde ich fast versuchen, so einen Flammenstrahl auf den Herrn da hinten zu machen. Mist! Wie viele Abenteurerpunkte hatten der? Das müssen wir dann mal gucken. Weil ich würde gerne seine Magiekunst machen bis hier. Ah, er heißt sich selbst. Sehr schön. Ja, seine Magiekunst. Da müssen wir ja Charisma, glaube ich, erhöhen bei ihm. Nee, es spielt, glaube ich, mehreres rein. Ja, ja, aber wir wollen ja dann auch noch bei den Sonderfertigkeiten was machen und deswegen kann es machen. Da hast du natürlich recht. Trifft nicht. 90%. Es sah aber schon sehr getroffen aus. Ja, Pfeile sind klein. So, wenn sie einen Feuerball abbekommt und ich blockt, dann stirbt sie. Wer eignet sie? Ach, genau, die Mana-Reggeneration wollte ich nicht verbessern. Ey, wir müssen eigentlich mal alles verbessern. Ja. Wir sind ja quasi immer auf dem Anfang. Na. Bis hier was haben wir schon verbessert. Waffenfertigkeiten hatten wir mal verbessert. Er hasst seine Minions. Sterbt. Auf so ein leeres Feld kann man nicht casten, ne? Diesen Feuerball. Ja, doch. Kann man, ja. Wo man will. Weil ich hatte mir gerade überlegt, dass er vielleicht das gemacht hat, weil man tatsächlich nur auf besetzte Felder den Cast wirken kann, sodass er dann unseren Zwerg, dessen Namen, ich immer noch nicht weiß, Ziprahim, Naurim, Naurim und Gerlinde getroffen hätte. Aber wenn das ja keine Rolle spielt, dann war es ja albern. Er ist alles gemacht. Ja. Aber warum? Man sollte nicht versuchen, die KI zu verstehen. Da kann man nur verlieren. Wer ist der Nächste? Ja, prinzipiell war die KI bisher nicht so schlecht, dass ich jetzt hier sehe, dass die dauernd seltsames Zeug machen würde, aber... Das war aber nicht so schlecht, was er gemacht hat. Ja, es gibt schlechte Beziehungen. Er hat einen geopfert, der eh gestorben wäre. In der nächsten Runde, weil wir ihn vorher immer gefokust haben. Und so hat er dann noch... Ja. Also er hat jetzt keinen Schaden verloren, es sei denn, wir hätten nicht getroffen. Ich glaube, das ist jetzt mal so. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Konspiration war von Leben und Reihenfolgeinitiative. Ich glaube, er hatte noch sechs Lebenspunkte, als er den Schaden bekommen hat. Okay. Also nachdem er ihn bekommen hat. Und vorher hatte er zwölf und das wären zwei Angriffe, beziehungsweise ein Crit von einem. Ja, das ist richtig. So, meinst du, wir wollen den Einzelnen da jetzt noch töten oder wollen wir es jetzt beenden? Oh, sie hat keine Pfeile mehr. Dann wechselt sie mal die Waffen zur Sense. Ich glaube, wir töten ihn hier noch. Wir sind ja quasi gleich daneben. Aber vom Schwierigkeitsgrad her ist das hier jetzt auch nicht so wild. Oder wir spielen einfach nur überragend. Das kann natürlich auch sein. Ja. Das wird es wohl sein. Was sonst? Eine andere Möglichkeit fällt mir jetzt auch nicht ein. Nur unsere beiden Nahkämpfer haben jeweils eine Runde. Das ist schlecht. Wer hat auch einen? Wir haben drei Nahkämpfer. Die Sense wird das regeln. Ich bin zuversichtlich. Ich bin zuversichtlich. er kann auch dann vielleicht tut man ihn wieder heilen heilen kostet 5 kann er ja jetzt bevor er als sinnlos rumsteht ja und vielleicht so und jetzt wirst du reden glatzkopf schon gut was wollte er was habt ihr mit meiner schwester gemacht wir haben versucht sie zu heilen zu heilen wovon sie war nicht krank ganz im gegensatz zu dir wenn ich mir dein gesicht anschaue gibt acht wem du dich anschließt spitzohr deine feinde könnten dir näher sein als du glaubst warum habt ihr mich gefoltert das musste dein freund lysander fragen ich sollte nur einen namen aus der heraus kitzeln was zum henker ist das für ein name wenn ich das wüsste hätte ich nicht foltern müssen oder ich weiß von keinem namen dann ist wohl alles nur ein unschönes missverständnis und wir sollten gemeinsam grangora sirup törtchen essen wo ist lysander in meng biller was macht er dort das weiß ich nicht ich glaube wir töten ihn und ja die hat definitiv verdient dann fragt die götter nach dem namen ein buch kann jemand lesen die 13 lobpreisungen des namenlosen was sagt man dazu wir sind in ein ratten nest getrapt der namenlose ist der verstoßene gott der ursprung alles bösen in der welt die ratten dienen ihm angeblich hört euch das an und sein zeitalter wird kommen seine augen vereinen die welt seine hand richtet sie auf trümmern wieder auf die lämmer erheben sich gegen die wölfe und sein geflüstertes wort erfüllt die herzen der frommen und glückseligen still der goldene drache spricht aus diesem buch aber wenn der folterer ein anhänger des namenlosen ist was sagt das dann über dein freund lysander willst du sagen was ist das für eine purpurne flüssigkeit riecht riecht nach lorbeer ich rieche nichts was steht auf dem zettel an der flasche macht fortschritte eine probe der neuen lieferungen ein neuer liebesdrung vielleicht oder ein gift jetzt meine möglichkeit das rauszufinden ja ach guck mal an das ist ein tolles buch und jetzt klüger bin ich auch nicht geworden wir reisen weiter nach meng belanieren es tut mir leid dass wir deiner schwester nicht helfen konnten du willst diesen lysander suchen nicht wahr dann komme ich mit euch vielleicht finde ich heraus was sie meiner schwester angetan haben das schulde ich ihr rechtsklick und die wehe das buch verschwindet nachdem man es gelesen hat wieso wirft man es weg ich würde es ja verkaufen ein quest item so rechtsklick war das oder naja ich glaube wir müssen das andere lesen und sie kann nicht zaubern was macht man denn eigentlich so das ist quasi so gegen zauber sollten wir mit unserer elfe lernen da die ja eh schon so support fähigkeiten hat und das mann unseres magiers ja eigentlich schon das ist immer ganz schön aufgebraucht ja ja das wird er ziemlich und wir haben das buch noch es hat sich nur abgenutzt und etwas wert verloren selbst verbindete feinde gut wir können auch was von feinden runterholen das finde ich ausgezeichnet haben wir dann ein paar punkte rein ja ich weiß nicht dass ich würde es erst machen wenn wir kampf nicht schaffen und dann ja es ist ja auch mal man bräuchte ja das ist ja acht mal rein investieren stufe 2 erreicht oder würde auch einmalige verbesserung schon was verbessern stufe 2 wert achte ja also nur 28 prozent erfolgs wahrscheinlichkeit nicht so viel aber sei es drum was man hat hat ne wir haben das buch noch das können wir verkaufen und wir müssen uns heilen richtig das werden wir alles in der nächsten folge machen und vielleicht doch mit dem zwerg ein paar abenteurer punkte ausgeben der 723 vielleicht können wir uns da jetzt mal dramatisch verbessern ob das sehen wir in der nächsten folge